Anderes Ausrüstungsteil, was ich dann ja entsprechend dabei hatte, was ich auch zu Testzwecken dabei hatte, war hier der Koppel-Hüftgurt, also Bundeswehr-Koppel-Tragesystem-Hüftgurt. Das ist also echte Militärausrüstung, das Ding ist auch gebraucht. Und ganz kurz einfach mal, um für diejenigen, die das noch nie gesehen haben, das mal zu erklären. Die haben hier auf der Rückseite so ein seltsames System, mit dem man die festmachen kann. Das drückt man dann hier entsprechend runter und dann ist es offen. Dann gehen die zwei Pins, die hier jetzt gerade drin waren, auch schnell raus. Und die beiden hier lassen sich, da lässt es sich dann auch raus machen. Und dann hat man dieses Ding hier mit diesem seltsamen Befestigungssystem entsprechend in der Hand. Lässt sich schnell anbringen, lässt sich schnell entfernen, insbesondere wenn man ein bisschen Übung hat. Ihr seht, die oberen Teile sind so ein bisschen hakenförmig. Das kann man dann da einhaken, da unten dann nochmal durchstecken und damit kann man es fixieren. Ich denke, das hat jetzt jeder auch schon ein bisschen gesehen. Es gibt eine ganze Reihe von verschiedenen Täschchen, die man an diesem Koppel-Tragesystem befestigen kann. Allerdings ist es halt eben auch so ein wenig eingeschränkt, anders als das beliebte Molle-System, was alle Welt so wahnsinnig toll findet, wo man wirklich so ziemlich alles Mögliche dran stecken kann und nahezu jeder taktische Ausrüstungsgegenstand heutzutage in irgendeiner Form Molle-Kollab-kompatibel ist. Das ist hier halt nicht, das ist halt alt. Und das Einzige, was man da eben dran bekommt, an diesem speziellen Hüftgurt, sind die entsprechenden Bundeswehrtaschen mit der entsprechenden Befestigungsmöglichkeit. Es gibt noch irgendwie solche Dinger hier, also dieses hier als Adapterplatte quasi, die man sich dann an irgendwelche andere Ausrüstungen dran schrauben, dran nähen, dran kleben kann. Also wer mit diesem Teil hier wirklich gerne rumrennt, hat da schon Möglichkeiten, alle möglichen Ausrüstungen dran zu befestigen. Ist ein bisschen umständlich, aber für mich ist es erstens mal so ein gewisser Nostalgiefaktor, weshalb ich das ganze Teil dann doch ganz cool finde. Das trägt man bei der Bundeswehr, je nachdem welcher Truppengattung man angehört, zum Zwecke des Transports von zum Beispiel der ABC-Schutztasche. Die hängt dann da halt eben auch dran. Oder ja, hier das große Ding hier hinten, das nennt sich große Kampftasche und da kriegt man ja auch wirklich einiges rein. Das habt ihr auch im Rahmen des Videos ja mal gesehen, was ich da so zum Beispiel drin hatte. Die ist schon wirklich ziemlich geräumig und erfreulicherweise auch nochmal innen unterteilt mit links und rechts zu einer kleinen Extratasche. Und hier hinten ist auch nochmal so eine flache Einschubtasche. Also der Deckel ist gummiert und damit wasserdicht. Also wirklich wasserdicht auch, nicht nur wasserabweisend. Das dauert also sehr lange, bis es da reinregnet. Gleiches gilt auch für die Rückwand. Hoppla. So, die ist ebenfalls gummiert. Also da, wenn das Wasser den Rücken runterläuft, dann läuft es so schnell nicht in die Tasche. Es dauert also wirklich... Oh! Das Modell, was ich hier habe, da gibt es verschiedene, ist sogar komplett innen gummiert. Also die gesamte Tasche ist nahezu bis vollständig wasserdicht. Außer, dass unten halt Löcher dran sind, damit wenn doch Wasser reinkommt, das dann auch ablaufen kann. Ist ja meiner Meinung nach auch ganz sinnvoll. Also ein guter Schutz, auch für empfindliche Ausrüstung, in diesem Täschle zu transportieren. Da ist noch eine Buschbox drin, stelle ich gerade fest. Das funktioniert eigentlich wirklich wunderbar. Aber ich wollte euch ja eigentlich erstmal nochmal ein bisschen was zu diesem Hüftgurt-System erklären. Normalerweise ist hier, das sieht man zum Beispiel an diesem Ding, was hier noch dran hängt, noch ein Schulterteil dran, dass man sich das Ganze noch über die Schulter hängen kann. Dann habe ich auch, zeige ich euch gleich. Man kriegt aber halt eben teilweise bei verschiedenen Ausrüstern im Internet eben diesen Hüftgurt auch separat und muss sich dann halt noch die entsprechenden Täschchen dazukaufen. Und der große Vorteil, was ich eben sagen wollte bei dem ganzen System, ist, das kostet nahezu nichts. Also so ein Hüftgurt only, dafür habe ich glaube ich 2 Euro gezahlt. Inklusive Schnalle natürlich. Und so Taschen, die gibt es je nach Tasche, teilweise auch im Set, gibt es die immer noch für 3 oder teilweise sogar nur 2 Euro. Es kommt auch so ein bisschen darauf an, eben welche Taschen man da haben möchte. Taschen, die schon selten und demzufolge fast weg sind, von denen sie nicht mehr allzu viel gebrauchtes Zeug rumliegen haben, die sind natürlich schon erheblich teurer. Da kommt dann irgendwann fast schon so ein gewisser Sammlerwert dazu, wenn davon nicht mehr viel zu haben ist, wäre zum Beispiel so eine G3 Magazintasche, wie dieses Ding hier, diese hier, dafür habe ich wirklich nur 2 Euro gezahlt. Und ihr seht, die ist auch schon relativ gewäumig. Und generell haben fast alle Taschen diesen, nicht unbedingt schnell zu, aber schnell auf, Verschluss, der dadurch zu öffnen ist, dass man hier oben an der Lasche zieht und in dem Moment hat man schon die ganze Tasche auf. Aber im geschlossenen Zustand ist das auch wirklich super stabil. Works. Und öffnet sich auch nicht von alleine, wenn man da noch so viel rumrüttelt und das auf dem Kopf fällt und da was weiß ich was mitmacht, die bleibt dann schon auch zu. Diese Taschen sind jetzt allerdings innen auch wieder leicht gummiert, bin mir aber nicht sicher, inwiefern die jetzt wirklich 100%ig wasserdicht sind. Trotzdem, das müsste schon extrem regnen und extrem lange regnen, dass einem das Zeug da drin wirklich nass wird. Es kommt natürlich auch wieder darauf an, wie gut das, was man drin hat, dann auch mit dem Deckel abschließt. Und hier an der Seite hat man natürlich immer noch so ein bisschen Öffnung. Also was super empfindlich ist, würde ich dann bei Regen da auch nicht mehr reinstecken. Also meine Kamera hatte ich da ja drin, quasi als Kameraholster. Das hätte ich jetzt bei Regen dann auch irgendwie anders gelöst und die dann vielleicht doch lieber im Rucksack transportiert. Bei Regen kann ich eh nichts filmen, weil das Ding dann ja nass wird und dann ist sie kaputt. Und dann kann ich überhaupt nie wieder was filmen. Und das wollen wir ja auch nicht. Ja, vom Tragen kommt vorher. Ihr seht, dieses Teil hat nirgendwo, auch nur ansatzweise, irgendwelche Polster. Man sollte die Polster also eingebaut haben in die persönliche Physiologie, nenne ich es jetzt mal. Es ist wirklich so, dass mir das Ding damals zu Bundeswehrzeiten eigentlich immer ein ziemlicher Graus war, weil ich einfach nicht fett genug gewesen bin, um das bequem tragen zu können. Habe so abstehende Hüftknochen auch gehabt. Das war mehr oder weniger eine gewisse Tortur. Jetzt inzwischen passt es mir wunderbar. Ich bin da quasi reingewachsen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja gut, es ist ja jetzt auch nicht so, dass ich die Kugel bin. Aber auf jeden Fall ist jetzt genug Polstermaterial vorhanden, dass dieses Ding bequem passt. Man muss sagen, leider, auch wieder nochmal eine kleine Info zur Anschaffung, falls ihr sowas haben wollt, gibt es die nur noch in ganz beschränkten Größen. Ihr werdet also nur dann einen finden, der von euch von der Länge her einigermaßen passt, wenn ihr halt rein zufällig den richtigen Hüftumfang quasi habt, um noch einen zu finden, in den ihr reinpasst. Das Modell zum Beispiel, das lässt sich ja schon durch diese entsprechenden, die Schnalle, die hier gerade nicht dran ist, das lässt sich schon nochmal ein gewisses Maß variieren. Man muss den ja auch nicht vorne so zumachen, dass die beiden Dinger quasi aneinander anliegen oder überlappen. Dafür gibt es dann übrigens diesen Dinger hier, wo man das dann auch drunter schieben kann, damit das ein bisschen bequemer ist. Also da gibt es schon einen gewissen Spielraum, wie dick man da sein darf, um dieses Ding zu tragen. Aber irgendwo ist halt Schluss. Zu dünn geht auch nicht. Dann würde das dann so aussehen irgendwie. Das hält dann auch nicht richtig. Die genaue Angabe, wie lang die sind, steht aber jeweils dabei. Wenn man die kauft, dann muss man dann halt bei sich mal mit einem Maßband entsprechend nachmessen. Ja, also das wäre so das generelle zu diesem Koppeltragesystem. Ich konnte auch nochmal an der Tasche eben sehen, wie die befestigt ist. Das sitzt wirklich bombenfest. Und gerade die Tasche zum Trageverhalten trägt sich halt, die ist ja auch dafür gebaut, trägt sich ganz, ganz wunderbar mit dem kleinen Kampfrucksack. Also dem Rucksack, den ich auch dabei hatte, den muss ich euch jetzt nicht nochmal zeigen, dazu gibt es schon ein Video. Wenn ich dran denke, verlinke ich es euch. Mit dem trägt sich das halt wunderbar. Weil entweder liegt der Rucksack, wenn man hier auf der Tasche oben noch was drauf schnallt, hatte ich teilweise mein Stativ noch oben drauf geschnallt. Oder man kann auch super einen Poncho zum Beispiel drauf schnallen. Dann trägt sich das ganz wunderbar, weil sich der Rucksack teilweise ein bisschen auf der Tasche ablegt. Und gerade im stehenden, mal ein bisschen pause machenden Zustand oder im Hinsitzen, legt sich der Rucksack dann auf die Tasche. Und man hat auch nicht mehr so viel Gewicht auf den Schultern. Das ist also von daher eigentlich eine ganz coole Kombination gleichzeitig beim Laufen. Und wenn das alles einigermaßen von der Höhe her richtig eingestellt ist, hat man halt das eine Gewicht rein an den Schultern und belastet damit seine Hüfte nicht. Während man mit dem Gewicht, was an der Hüfte hängt, eben auch nur seine Hüfte belastet und nicht die Schultern. Und diese Ausblittung quasi der verschiedenen Gewichte war für mich wirklich sehr angenehm zu tragen. Und da bin ich positiv überrascht, wie gut das ging und ich weiß, dass System vielleicht für die ein oder andere Waldläufertätigkeit immer mal wieder gerne einsetzen. Jetzt so für Tracking-Tour komme ich mir... Ich habe da wirklich so ein bisschen ein Problem mit. Das kann ja jeder sehen, wie er möchte. Manchen Leuten ist das auch völlig egal. Aber ich persönlich habe ein Problem mit Flecktan. Ich laufe damit ungern an irgendwelchen Orten rum, die doch mit einem gewissen Publikumsverkehr zu rechnen haben. Und ja, da habe ich halt wirklich ungern irgendwas in Flecktan. Also so Oliv, meine Standard-Bundeswehr-Hosen und so weiter und so fort, das ist alles überhaupt kein Thema. Aber Flecktan sieht halt mir doch für meinen Geschmack immer ein bisschen zu militärisch aus. Also wenn man nicht nur einfach im Wald rumstapft, dann ist das nicht so meins. Ich habe gedacht, es stört mich nicht, wenn ich dann erstmal auf dem Westweg bin. Aber es hat mich doch immer mal wieder zwischendrin. Gerade zum Beispiel beim Dobel. Als ich da beim Dobel durchmarschiert bin, da ging es ja wirklich mitten durch die Ortschaft. Da kommt man sich dann schon ein bisschen komisch vor. Und komische Blicke ernte ich ohnehin schon immer genug im Alltag. Gut, weitere Taschen, die man da noch dran machen kann, außer eben so einer G3-Magazintasche, wäre dann noch eine G36-Magazintasche. Die sind aber schon wieder richtig teuer, weil die schon wieder ziemlich aktuell sind. G3 gibt es ja gar nicht mehr. Also das Gewehr 3 von Heckler und Koch, das noch ein kleineres Magazinstandard mäßig, dafür aber dickere Badronen hatte. Also meine Ausbilder damals bei der Bundeswehr waren von dem Teil eigentlich relativ begeistert und waren eigentlich ein bisschen genervt, dass sie jetzt mit dem G36 rumrennen müssen. Was, wie sich ja scheinbar herausgestellt hat, eine nicht ganz unberechtigte Kritik gewesen ist. Hmm, naja, aber ich kann das nicht beurteilen. Das war nur so mal am Rande angemerkt. Ja, große Kampftasche habe ich euch gezeigt. Dann gibt es noch, die hängt jetzt hier dran, ich will sie nicht abmachen, die Spaten-Kampffspatentasche. Da passt also die klassische Bundeswehr-Stahlschaufel rein, mit der man auch wirklich gut schaufeln kann. Auch ein schönes Ding. Jetzt weiß ich nicht, ob ich euch die mal zeigen soll. Hab eine, aber die habt ihr, glaube ich, schon in irgendeinem anderen Video gesehen. Das ist ein stinknormaler Klappspaten, nichts Besonderes. Was gibt es noch? Ja, hier nochmal ein Modell der großen Kampftasche. Ich habe da zwei von. Die ist auch komplett gummiert, ist allerdings insgesamt ein bisschen älter und ein bisschen länger gebraucht als das andere Ding, weshalb ich die andere jetzt eben primär dabei hatte. Ansonsten sind die absolut identisch. Das hier ist ganz schwer noch zu bekommen im Internet. Ist eine Feldflaschentasche für den Koppel. Da passen sämtliche gängigen Militärfeldflaschen rein. Also auch die von den Amis und so weiter und so fort. Zumindest nach dem, was ich bisher ausprobiert hatte. Ich habe jetzt nicht alle ausprobiert, aber die haben ja alle ungefähr das gleiche Format. Und die konnte man dann halt auch wunderbar am Koppel transportieren. Ich bin mir nicht sicher, ob die dann immer auch ganz zugehen, weil eigentlich ist das Teil für eine recht rundliche Flaschenform ausgelegt. Das könnt ihr so sehen, wenn ihr jetzt hier mal... Also für die Original-Bundeswehr-Feldflasche, das Ding mit der Metallhülle drumherum, grauenhaftes Teil, kann ich überhaupt nicht leiden. Also nicht alle Bundeswehrausrüstung ist toll. Aber die würde da eigentlich originalmäßig reinpassen und dann ist das natürlich auch wieder mit dem gleichen Verschlusssystem wie alles andere auch versehen und hat wieder Löcher zum Wasser ablaufen, wenn das Wasser mal ausläuft. Schwierig dran zu kommen. Ich persönlich nutze das Ding überhaupt nicht für irgendwelche Wasserflaschen, sondern für irgendwelche Zusatzausrüstung, die ich mir dann da... Zum Beispiel kann man da nur wunderbar eine Regenhose und eine Regenjacke reinstecken. Nicht unbedingt beides, aber mindestens eins von beiden habe ich zum Beispiel dann auch ganz gerne, dann so ein bisschen am Koppel rumbammeln, dann hat man sofort griffbereit. Den muss man natürlich kurz abmachen, wenn man die Hose wechseln möchte. Je nachdem wie hoch er sitzt, vielleicht auch nicht. Das ist persönliche Vorliebe. Und was gibt es noch? Ja, ich glaube, das war es im Wesentlichen. Theoretisch gäbe es jetzt noch eine ABC-Schutztasche, die man da dran machen kann. Das ist nochmal so ein Mittelding von der Größe zwischen dem Wasserflaschentasche und der großen Kampftasche, also diesen Ding hier. Aber an einer ABC-Schutztasche bin ich hinten und vorne nicht mehr dran gekommen. Ich hätte gerne eine, aber die gab es nicht, da wo ich im Internet geforscht habe. Und ich forsche jetzt auch nicht jeden Tag nochmal nach. Übrigens, wenn ihr eine G3-Magazintasche kauft, sieht die im ursprünglichen Zustand erstmal so aus mit zwei Magazin-Einsätzen. Also die ist für zwei Magazine gedacht. Die kann man aber ganz einfach mit einer einigermaßen stabilen Schere da rausschnippeln. Das ist möglich, wäre da also eine beliebige Kombination all dieser verschiedenen Taschen an so einem Gurt. Man kann sich da also auch nur die drei Magazintaschen dran machen. Das ist eigentlich das, was ich immer mal vorhatte, darin meine gesamte Ausrüstung zu transportieren für dann wieder mal so eine kleine, ganz wenig Ausrüstung-Survival-Übung. Kommt vielleicht auch mal irgendwann. So, und jetzt, wie ihr seht, ist das hier ein komplettes Koppeltragegestell. Mitsamt der Schulterplatte, an der sich dann übrigens auch nochmal Zeug befestigen lässt, halte ich für eine relativ blöde Idee. Ich habe es mal ausprobiert mit zwei großen Kampftaschen durch die Gegend zu rennen. Aber man ist dann halt doch nochmal praktischer, wenn man stattdessen einen Rucksack aufsetzen kann. Und das kann man nur, wenn man hier nichts dran hat. Und es gibt hier auch an den Schulterteilen auch nochmal jeweils einen Träger für irgendwas Kleines, wie zum Beispiel eben so eine Magazintasche. Das ziehe ich jetzt mal schnell an, zeige euch das dann noch und dann haben wir es auch endlich. So, mein Kopf passt nicht mehr ganz drauf. Ich habe hier nur begrenzte Möglichkeiten, die Kamera weit genug wegzustellen. Aber ihr seht, das ist jetzt im Prinzip eben dieser Hüftgurt, der in Verbindung mit dem Rückentragesystem eigentlich dann eher mehr ein Bauchgurt ist. Also meine Hüftknochen sitzen hier, also wirklich direkt drunter. Ich persönlich finde das ganz bequem, weil wenn man den dann hier schön festzieht, dann hängt der einem wirklich bloß quasi an der Wampe. Und ein großer Teil des Gewichts mit Schulterriemen sitzt ja auch auf den Schultern und damit verteilt sich das eigentlich ganz gut. Und das bisschen, was man dann auch an Gewicht an der Hüfte hat, muss man dann meiner Meinung nach, kann man das ruhig am Weichteil lagern. Dann kann halt auch nichts auf irgendwelchen Knochen scheuern. Und für mich ist das vom Tragen her so am angenehmsten. Bei der Bundeswehr kriegt man ja wirklich jede Menge Zeug dran gepackt. Teilweise muss auch da ordentlich Gewicht mit sich herumschleppen. Also inklusive dem Klappspaten zum Teil, der allein wiegt, ich glaube 1,2 Kilo. So, das für mein Teil ist ein bisschen fragwürdig, wie viel Zeug man da wirklich dran packen sollte. Also ich würde mal sagen, wenn das Teil, das Gesamtgewicht vom gesamten Tragesystem, die 4 Kilo Marke überschreitet, dann wird es einfach so unbequem, dass man da nicht unbedingt mehr Spaß mit hat. Ansonsten natürlich die Deckel, wenn sie offen sind, klappern jetzt ein wenig. Aber gerade wenn es dann entsprechend voll ist, wenn man es dann auch noch ein bisschen hier noch mehr fixiert, was gerade gar nicht so einfach ist, weil ich den Riemen ein bisschen blöd eingestellt habe. Aber man kann sich das schon wirklich ganz gut so fest machen, dass da nicht mehr allzu viel wackelt. Aber auch hier ist wieder der Nachteil, diese Schulterriemen, die sind in keinster Weise, also wirklich überhaupt fast nicht, bis auf hier ein wenig, in der Länge nennenswert verstellbar. Das sollte schon von vornherein einigermaßen passen, beziehungsweise meine hier, die ließen sich jetzt nicht nochmal länger machen. Dann müsste ich quasi noch ein zusätzliches Stück Stoff da irgendwie annähen. Und dann wird es doch so viel selbstbauweise, dass es ein bisschen kritisch wird. Und natürlich hat man dann das Gewicht quasi der oberen Teile nur auf der Schulter, beziehungsweise das auf der Hüfte, nur auf der Hüfte, sobald man sich in irgendeiner Form bückt. Da hängen die Teile nämlich durch. Und ja, das sind alles so ein paar Sachen. Ja, dafür lässt sich halt eben dazu noch wunderbaren Rucksack aufsetzen, wenn der nicht allzu weit runter reicht. Das ist halt eben limitiert dadurch, dass halt ein großer Rucksack dann relativ schnell diese Tasche da stört. Jetzt könnte man natürlich sagen, die lässt man weg und packt sich nur Zeug hier an die Seite. Kann man auch machen. Das wäre also auch nochmal so eine Variante. Und generell, es trägt sich erheblich einfacher, wenn nicht Sommer ist und man einfach noch ein paar mehr Kleidergeschichten zwischen Haut und diesem Gurt hat, als jetzt bloß so ein dünnes Hemd, wie ich es hier trage. Aber ich persönlich finde das den cool. Fand es zu Bundeswehrzeiten grundsätzlich auch cool. Die Kollegen, manche Kameraden sind da auch wunderbar mit zurechtgekommen, andere Kameraden wieder nicht und hatten furchtbare Probleme. Da gibt es wieder diesen Grundsatz. Bei der Bundeswehr gibt es genau zwei Größen. Zu groß und zu klein. Und ein ganz kleiner Prozentsatz von Kameraden hat was, was passt. Und ja, ich habe halt eben jetzt das Glück, quasi zivil, mir ein wirklich gut passendes Modell nachgekauft zu haben. Und damit konnte ich wirklich gut leben. Muss dann halt jeder für sich selber entscheiden, ob er sowas braucht. Kostenpunkt dessen, was ich hier jetzt anhabe, ich glaube, eine große Kampftasche mit einer Spartentasche, plus eben diesem Gestell, ohne jetzt die Magazintaschen, kostet derzeit irgendwie so 15 bis 25 Euro. Zum Beispiel bei ASMC, meine ich. So als Set. Ob man die noch einzeln bekommt, wird schwierig. Da müsste man dann ein bisschen bei Ebay gucken vielleicht. Aber Näheres, dazu weiß ich jetzt auch nicht. Ich bin da gut mit zurechtgekommen. Ich hätte auch so wandern können. Das war ja eigentlich mein ursprünglicher Plan. Also wirklich auch mit dem Ding mit Schulterträger. Haken. Das sah mir dann nun wirklich zu militärisch aus. Insbesondere dann auch mit den Taschen hier oben. Und wenn ich mir dann hier unten noch zwei zusätzliche Taschen hingemacht hätte. Und so weiter und so weiter. Ah ja, und noch eine Ergänzung. Wenn ihr irgendwas habt, was natürlich nicht an diese Dinger hier dran passt, wie zum Beispiel eine Messertasche, ihr habt hier auch immer noch einen relativ breiten Streifen, wo man dann auch irgendwelchen anderen Krempel befestigen kann, der eine stinknormale Gürtelschlaufe hat. Da hatte ich zum Beispiel jetzt meinen Bug 110, also 110 auf Deutsch, dran befestigt in der Lederschließe. Und man kann sich hier auch wunderbar noch eine Taschenlampe, wenn die so einen Clip hat, quasi dran klippen. Da lässt sich auch ein Glockfeldmesser wunderbar dran befestigen und so weiter und so fort. Das Glockfeldmesser kriegt man aber auch durch den Clip, den es hinten hat, hier eigentlich auch ganz gut so dran gesteckt. In der Theorie, in der Praxis darf man sowas natürlich nicht tragen. Führungsverbot und so weiter. Gut, das soll es dann gewesen sein. Weitere neue Ausrüstungsgegenstände, wie ich auf der Tour zu testen gedenke, ist ja nach wie vor der Schlafsack, aber dazu sage ich dann erst ganz am Schluss was, der muss noch ein paar Nächte herhalten. Ja, und für den nächsten Abschnitt habe ich dann wieder, wie gesagt, ein bisschen andere Ausrüstung. Der startet auch in ein paar Tagen und dazu gibt es dann auch entsprechend bald die nächsten Videos. Mal gucken, was ich da mitnehme. So hundertprozentig sicher bin ich mir noch nicht. Also, macht's gut, bis dahin. Ciao.